Da ist ein großer, immer größer werdender Elefant im Raum, aber die Aktienmärkte sagen sich, naja, Elefanten sind nicht gefährlich. Das sind doch wohlmeinende Tiere, Hauptsache der Tiger im Raum, der wird die Zinsen nicht anheben, weil die Wirtschaft so stark abkühlt, dass wir sehr wahrscheinlich in eine Rezession fallen. Aber ob diese Rechnung mal aufgeht, ich wage es zu bezweifeln, die Aktienmärkte steigen derzeit gegen den Willen der Fed und sie steigen gegen die Fundamentaldaten, die auf eine massive Abschwächung der Wirtschaft hindeuten. Und diese Abschwächung der Wirtschaft, die geht an den Unternehmen nicht vorbei, dementsprechend auch an den Aktien dieser Unternehmen nicht vorbei. Aber gut, man will jetzt nochmal ein bisschen nach oben. Wir sind beim S&P 500, dem Leitindex in den USA, fast schon auf der 200-Tageslinie, die so bei 4.324 um und bei verläuft. Jetzt sind wir knapp unter der 4.300er-Marke, also viel ist es nicht mehr hin. Vielleicht wollen die Märkte diese Zone nochmal antesten. Wir werden sehen, aber schauen wir uns zunächst mal das Geschehen an. Es startete schon mit wirklich schwachen Daten aus China. Da war wirklich nicht viel Gutes zu finden, vor allem die Immobiliendaten, jetzt 16 Monate in Folge rückläufige Immobilienpreise. Alles viel, viel schlechter als erwartet. Nicht nur eine Folge der Corona-Maßnahmen von Xi Jinping. Und dann hatten wir dazu gleich mehr den Empire State Index mit einem massiven Abfall, der darauf hindeutet, dass auch die USA direkt auf dem Weg in eine Rezession sind. Aber was passiert? Die Aktienmärkte in den USA zunächst mal schwächer, aber dann hat man sich gesagt, Glas ist vielleicht halb leer, weil die Fed dann die Zinsen nicht so anheben kann. Ist weiter gestiegen. Interessant, jetzt keine großen Gewinne, aber eben nochmal zugewinnen nach den deutlichen Gewinnen am Freitag. Interessant ist, dass der WIX weiter zulegt, über 2% im Plus. Und das bei steigenden Aktienmärkten eigentlich ungewöhnlich. Schauen wir uns diesen Empire State Index an. Zweitgrößter Rückgang, der jemals verzeichnet wurde zum Vormonat. Diesen Index gibt es seit gut 20 Jahren. Wir sehen, hier waren wir im Vormonat noch bei plus 11 und jetzt sind wir bei minus 31. Alles, was an Unterkategorien da war, hat massiv enttäuscht. Und das Interessante ist, dass die Preisdynamik, also die Preise, die da bezahlt werden, zwar nachlässt, aber es ist eben so, dass die Preise nach wie vor steigen. Wir können also nicht sagen, ja, die Wirtschaft kühlt massiv ab und jetzt plumpsen schon die Preise nach unten. Nee, die Preise bleiben relativ weit oben und die Konjunktur säuft ab, so wie es aussieht. Das ist eigentlich nicht das, was die Aktienmärkte sich vorstellen. Wir haben jetzt die fünf schlechteste Headline-Zahl im Empire State Manufacturing Index. Seit es, wie gesagt, diesen Index gibt, wir waren nur Februar, März 2009 Finanzkrise und dann Corona-Crash oder Corona-Krise Mai und April 2020 noch schlechter. Wenn wir uns mal die Zyklika gegenüber diesen defensiven Aktien anschauen, obere Grafik hier, dann deutet manches darauf hin, dass wir etwa beim ISM-Index, der als maßgeblicher Einkaufsmanager-Index in den USA gilt, auf Werte von 46 abstürzen könnten. Und das wäre dann ziemlich klar, Rezession wäre ziemlich klar, Schrumpfung. Aber weiter im Text. Wir haben zwar eine niedrigere Inflationszahl gehabt, okay, das ist der Grund der Rallye, die sich darauf beruft, naja, wird die Fertizinsen nicht so stark annehmen, aber wir haben stark steigende Löhne nach wie vor. Wir haben eine sich offenkundig abschwächende Nachfrage und das ist bad for corporates, wie Savita Submaranian von Bank of America hier richtigerweise sagt und wie Sam Rowe zeigt, das sieht man nicht oft in Konjunkturveröffentlichungen der USA, das Wort plummeted, also abgestürzt. Und faktisch ist der Empire State Index abgestürzt, da ist also richtig was passiert. Und nicht nur der Empire State Index, sondern auch am Hausmarkt sehen wir eine massive Eintrübung. Also wir sehen, dass bei der vielleicht wichtigsten Kategorie in den USA, US-Immobilienmarkt, dass es da deutlich nach unten geht, Home-Bilder, Confidence bei 49 statt 55 erwartet. Das ist der größte Rückgang am Hausmarkt seit den Platzen der US-Immobilienblase. Die Gründe sind klar, man kann sich das Ganze nicht mehr leisten. Die Zinsen sind gestiegen, dazu kommen noch die erhöhten Kosten für Materialien und eben auch Löhne. Und so sehen wir, dass praktisch da die Stimmung schon ziemlich zugebombt ist. Die Märkte aber sind optimistisch. Die sagen sich, hey, wir wollen jetzt schon mal die kommenden Zinssenkungen einpreisen. Die sind zwar erst in 25 Jahren, aber du kannst diese jetzt schon mal einpreisen. Hier sehen wir der Market Breath, also die Breite in Relation zu Durchschnitten der einzelnen Aktien, sehen wir, dass wir jetzt praktisch so überkauft sind wie seit Juni 2020 nicht mehr. Die Beste aller Welten wird eingepreist. Die FED wird die Zinsen senken schon bald. Gleichzeitig wird die Wirtschaft nicht in eine Rezession fallen. Es wird schon irgendwie alle werden. Na klar wird es auf eine oder andere Weise. Und jetzt sind wir in der Situation auf einem Kursstand beim S&P 500, wie es von Hendrick gezeigt, wie im September 2021. Damals pumpte die Nutenbank noch 120 Milliarden Dollar pro Monat in die Märkte. Die Zinsen waren null. Die Gewinndynamik war positiv. Wir haben praktisch die zweijährige Anleiherendite bei plus 0,3% gesehen und nicht jetzt bei um und bei 3%, wo sie derzeit hantiert. Also das war eine andere Welt. Aber die Märkte sind jetzt da, wo sie im September letzten Jahres waren, als die US-Notenbank und andere Notenbanken noch nicht begonnen hatten, die Zinsen anzuheben. Und wie gesagt, dieser Anstieg, der passiert nicht gerade zur Freude der FED, denn die sogenannten Financial Conditions, die haben praktisch mit dem Anstieg der Aktienmärkte jetzt die zwei letzten Zinsanhebungen von jeweils 0,75% praktisch nivelliert, praktisch ausgelöscht. Warum? Naja, ist relativ klar, kennen Sie vielleicht auch, wenn Ihre Depots super ausschauen, wenn Sie da Gewinne machen, wenn da auf dem Papier Sie immer reicher werden, weil Ihre Aktien, Ihre, keine Ahnung, was Sie da haben, wenn das immer besser wird, dann denken Sie sich, naja, da gönne ich mehr was, da kaufe ich das jetzt mal, das Fahrrad oder keine Ahnung, je nachdem, was das E-Bike oder den Fernseher oder was auch immer. Das heißt, man konsumiert mehr, weil man sich sagt, naja, ich kann mir das ja leisten, guckst du mein Depot. Dementsprechend verändert sich eben wieder ungünstigerweise aus Sicht der FED die Relation zwischen Angebot und Nachfrage. Dementsprechend sind wir jetzt mit diesen Marktentwicklungen praktisch nicht bei 2,5% Zinsen, sondern bei 1,0% Zinsen, wie ich heute Morgen versucht habe zu zeigen. Zwei Morgan-Banken in den USA liefern sich derzeit einen Wettstreit. Wer hat recht? JP Morgan sagt, diese Rally kann weitergehen. Das haben sie praktisch aber schon seit Beginn des Jahres 2022 gesagt und lagen bis auf diese Rally, vor allem jetzt, die schwungvollste Gegenbewegung ist, die wir in diesem Jahr gesehen haben, falsch. Dagegen sagt Morgan Stanley, nee, das war es jetzt, das Allerdickste kommt jetzt erst noch. Das ist sozusagen eine Fehlrally, die wir hier sehen. Wer hat recht? Wir werden sehen. Diese Rally ist natürlich einerseits ausgelöst durch Short Covering. Wir sehen jetzt wohl, wie Goldman Sachs eben gezeigt hat, die drittgrößte Short-Eindeckung des letzten Jahrzehnts durch Hedgefonds vor allem, die eben zum falschen Zeitpunkt auf noch weiter fallende Kurse gesetzt hatten. Wir sehen auf der anderen Seite die Buybacks, die Aktienrückkäufe von Unternehmen. Wir sehen CTAs, also Vermögensverwalter, die mit müssen, je höher die Kurse steigen. Da kannst du keine Argumente finden, wenn die Aktienmärkte steigen und du bist nicht dabei als Vermögensverwalter. Und wenn wir jetzt mal nach Europa kommen, dann sehen wir hier, dass auch die Zyklika hier sich sehr, sehr gut entwickelt haben im Vergleich zu defensiven Aktien. Also ungewöhnlich. Auch hier wird eigentlich eine Konjunkturerholung fast schon aus diesen Trades, aus diesen Kursverläufen hier sichtbar, die bisher zumindest überhaupt noch nicht erkennbar ist. Jetzt kann man sagen, naja, die Aktienmärkte sind schlauer, die sehen schon ein halbes Jahr voraus. Kann sein, weiß man nicht. Nur ist der Track Record normalerweise nicht so super toll der Aktienmärkte. Da guckt man besser auf die Anleihe oder auch auf die Devisenmärkte. Und die Devisenmärkte zum Beispiel sagen, naja, der Dollar wird jetzt wieder stärker. Das ist ja eigentlich nicht gerade ein Beweis dafür, für das, was die Aktienmärkte einpreisen. Nämlich, dass die Fed jetzt wirklich aufhört mit den Zinsanhebungen. Sonst würde jetzt der Dollar nicht stärker werden. Euro-Dollar wieder deutlich unter der Marke von 1,02. Und wir haben auch in Deutschland eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Die Märkte preisen das mit einer Wahrscheinlichkeit von 57 Prozent ein. Also es ist deutlich wahrscheinlicher, dass Deutschland in eine Rezession kommt, als dass das nicht passiert. So zumindest hier die Marktesituation. Und einer der Gründe ist der schlichtweg, dass eben jetzt die Zeit des Free Lunch durch die Notenbanken vorbei ist. Dass wir auf eine Stagflation marschieren. Und dass diese kensianische Politik, die immer gedacht hat, wir können mit der Druckerpresse alle Probleme lösen. Und dass Manna, wie Hans-Werner Sinn hier sagt, vom Himmel regnen lassen. Dass das nicht mehr funktioniert in Zeiten der Inflation. Entweder verlieren jetzt die Geldhalter oder eben die Steuerzahler. Das könnte reale Konflikte verursachen. So wie etwa in China, wo wir ja sehen, dass der Immobilienmarkt absäuft. Und trotzdem die Notenbank jetzt schon wieder die Zinsen gesenkt hat in China. Trotzdem man versucht, die Immobilienentwickler zu stützen. Aber die Kreditnachfrage kommt nicht zurück, wie Alf hier zeigt. Denn wer sich da mal die Finger verbrannt hat mit solchen Krediten, der macht das nicht nochmal sofort. Nur weil jetzt die Kreditkonditionen wieder laxer werden. Also das zeigt, dass da einiges auf uns zukommen kann. Auch in den USA am Immobilienmarkt. Das sind Riesenbereiche. Der chinesische Immobilienmarkt ist das größte Einzelasset der Welt, wenn man so will. Dann kommt fast schon der Immobilienmarkt in den USA. Und hier knarrt es ein bisschen. Aber die Aktienmärkte steigen weiter. Und wenn wir jetzt nach Deutschland kommen, sehen wir ja, die Gasumlage ist jetzt bekannt geworden. Denn jetzt hat der Robert Habeck schon mal Entlastungen versprochen. Welche genau nicht. Wir versprechen erst einmal was. Und was wir versprechen, das sehen wir dann später. Und auf jeden Fall dürfte es eben so sein, dass natürlich diese Gasumlage dafür sorgte, dass das Leppet teurer wird. Und das dürfte wiederum bedeuten, dass wir mit der Inflation über 9% kommen. Mit dem 9-Euro-Ticket, mit den Steuernachlässen beim Tanken und eben jetzt dieser Gasumlage. Vielleicht wären es auch über 10%. Ein Vier-Personen-Haushalt dürfte etwa durch diese Gasumlage jetzt eine Mehrbelastung von 575 Euro haben. Ein Single-Haushalt 144 und ein Pärchen-Haushalt etwa 345. Diese Gasumlage beträgt, wie heute bekannt wurde, 2,419 Cent. Damit am oberen Ende der Erwartung. Die Spanne war so 1,5 Cent bis 2,5 Cent. Jetzt sind wir bei 2,419. Und jetzt kommt dazu auch noch die Strompreise. In der Eurozone, es haben sich etwa die deutschen Strompreise, die am Markt gehandelt werden, jetzt innerhalb von zwei Monaten mal eben verdoppelt. Auch das wird irgendwann weitergegeben werden müssen. Wir sind jetzt hier in Deutschland bei 477,5 Euro die Megawattstunde. Wie gesagt, das ist eine Verdoppelung innerhalb von zwei Monaten. Auch in anderen Ländern, Frankreich, UK, steigen die Preise weiter. Und nochmal zurück zum Thema Gas. Wir kriegen nicht nur die Gasumlage, wie mein Kollege Hannes Zipfel hier zeigt, sondern eben auch eine Gasspeicherumlage, deren Höhe noch nicht feststeht, die aber auch noch kommt. Irgendwelche Entlastungen werden wir dann vielleicht kriegen, etwa, aber vielleicht auch nicht. Jedenfalls ist das jetzt nicht gerade das Script, das Drehbuch einer boomenden Wirtschaft, wenn die Konsumenten derart gefordert sind. In UK, in Großbritannien ist es so, da gibt es schon massive Proteste. Durch Unterschriftenaktionen, durch Demonstrationen. In Deutschland wird das wohl nicht passieren. Wie hat Lenin 1 gesagt, wenn die Deutschen einen Bahnhof stürmen, dann lösen sie vorher ein Bahnsteigerticket. Dementsprechend ist der Weg zu solchen Aktionen wohl noch ein bisschen weit. Gleichwohl haben wir in Deutschland jetzt das erste Mal seit zehn Jahren, seit dem Jahr 2012, eine höhere Verbraucherpreisinflation als eine Vermögenspreisinflation. Das heißt, die Preise für die Menschen steigen schneller als die Preise von Aktien, Immobilien oder Betriebsvermögen. Das sind die sogenannten Vermögenspreise. Die haben profitiert in Zeiten der Flutung mit Geld durch die Notenbanken. Darüber habe ich einen Artikel geschrieben, nacktbadende Notenbanken und ihre Entlarvung. Im Grunde haben ja diese ganzen MMT-Freaks und andere gesagt, du kannst Geld trocken, wie du willst. Siehst du, wir haben doch keine Inflation. So war es ja auch die letzten Jahre durch die Globalisierung. Aber jetzt haben wir eher die Globalisierung und Bums geht die Inflation nach oben. Ein Artikel, den ich Ihnen anempfehlen möchte. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Rein Wasserpegel, so dramatisch ist heute die Lage. Da hört man ja viel, aber wenn Sie genau wissen wollen, was da wirklich die Unterscheidungen sind, was wie wichtig ist, was genau eigentlich hier der Fall ist und was das bedeutet, dann empfehle ich in diesem Artikel. Also zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Und jetzt empfehle ich mich und sage Servus und Ciao.